Herzlich Willkommen zu Let's Play Happy Wheels und das zweite Mal und heute mit User Leveln. Ok, erstes Level. Ist nicht so ein richtiges Level-System. So, ne. Ok. Ich hab noch nie das Reden. Ich hab noch nie das. Ich hab noch nie das. Ich hab noch nie das. Ah, das ist eng jetzt auch. Machen wir wieder ein anderes. So. Oh. Oh, das ist gut. Oh. 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 Ok, jetzt wird's AHHHHH Naaah, das ist... Geisch. Hatte kein Ding mehr. Na komm. Letztes Mal dann noch Um die Kurve Töck Töck Zurück In die Wand knallen Auf den Boden knallen In die Wand knallen Helm verlieren Aaaaah Geschosse So Und weiter wirds Urgh Uh Neiin Neiin Noch einmal ok Letztes Mal Dann zieht er auf Nei 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 Ach Scheisse Ups Na Hör Und Was ist denn? Hör Dann muss ich wieder rauskommen Da drüber Nein, nein, nein So, jetzt Da drüber Ok Ah, hier noch eins. Ups, fair. Ok Kirby Oh Damn it Uhhh Damn So Uhhh Und wieder heftig drüberfahren So Ok So Uah Hoho Knapp So I 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 Si I I I I I I stops Victory-Andruck? Nein, das würde ich ernsthaft. Ja, Scheiße. Hau, ich kann ihn noch verwenden. Ach, Scheiße. Mann, das ist schwer. Ja, so geht das. Ja, ja, ja. Ja. Fast. New Warfare. Pogostigma. Pogoman. Ein Frame, wow. Scheiße. Boah, das ist... Geht so besser? Na, noch nicht wirklich. Äh. Nochmal. Ja. Durch, durch. Durch. Muss da immerhin landen, ne? Achille rein. Guck dann. Geh schon da. Ja. Geh schon da. Oh. Geh schon da. Ja. Ja. Fast. So, noch eines machen wir. Epic Jump. Ach, das gibt's ja nicht. Ach, das gibt's ja nicht. Ja. Wieso ist... Silber besser als... Gold. ... ... ... ... Ich möchte mal nur was ausprobieren. ... 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 Ich muss nur was testen, ab, wenn man hier und dann... Ho, das wollte ich nicht. Dann... Ja, das wollte ich. Wenn zunächst mal dahinter... Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Dann müssen wir es nachher... Okay, noch einmal, noch einmal, noch einmal. Damit möchte ich mich wieder bei euch bedanken. Bis zum Zuschauen. Und... Ja, bis zum nächsten Mal. Mega Gameplay Guru.